Ich bin Uwe Griebenow, einer der beiden Geschäftsführer der DXP Distribution GmbH in Norderstedt. Wir bieten den digitalen Aktenschrank, bestehend aus Scanner, Box und Touchpad. Hier können Sie Ihre Akten digitalisieren, in Sekundenschnelle unsortiert und Sie können sie ganz leicht wiederfinden, wie mit Google Suchmaschinen. Das ist eine sehr gute Frage, die hören wir immer wieder. Es gibt ja ungefähr 160 Anbieter für solche Geschichten. Wir sind allerdings der Einzige, der Dokumente nicht trennt. Sie kann unsortiert gescannt werden. Wir teilen sie nachher wieder auf, indem wir sie einfach wiederfinden. Das ist wie früher mit den Mikrofischen. Dort wurde auch abfotografiert und unter Hunderten von Dokumenten wurden sie wiedergefunden. Wir sparen dadurch unheimlich Zeit und damit natürlich Geld. Abfummen.